Salam, moin moin und herzlich willkommen in einer neuen, schönen, ruhigen, entspannenden Folge mit The Infected. Freut mich, dass du dich eingeschaltet hast. Ja, wir haben noch Februar, Winter, es ist richtig kalt, minus 9,9 Grad. Wir bibbern und zittern hier und müssen zusehen, dass wir weiterkommen. Der Extraktor steht noch da unten. Ich habe ihn jetzt noch nicht weggebracht, weil wir eh noch keinen Biotreibstoff dafür haben. Wir könnten die Fässer reinpacken, aber das will ich nicht. Deswegen werden wir heute erstmal ein bisschen was anderes machen. Uns unter anderem von der Türe wegkicken lassen. Wir könnten hier schon mal anfangen, was reinzupacken, weil da brauchen wir auch einige Kupferbahnen. Wir brauchen jede Menge Nägel und Bretter und Glas, also ohne Ende Ressourcen. Vielleicht kriegen wir das ja heute fertig. Aber als erstes müssen wir unsere Kollegen hier gießen. Ah, die könnte ich schon ernten. Okay, Wasser ist voll, dann gib mir die Kartoffeln mal. So, ernten wir die nochmal. Und dann haben wir wieder ein paar Kommentare, die wir natürlich vorlesen können. Fangen wir damit mal an, am besten. Der liebe Rinaldo schreibt, Ide, ein echter Mann zittert sich am Eisbock warm. Nee, das ist mir zu kalt. Das ist mir definitiv zu kalt. So, und dann schreibt der Golgari. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Golgari 01 steht da. Ja, Karte bitte zeigen. Danke, mache ich gerne. Sehr gerne. Kriegst du jetzt hier eingeblendet. Ja, ich hoffe, ihr könnt Englisch. Aber so schwer dürfte es nicht sein. Ja, ist leider nur in Englisch da. Ich denke, die Karte ist relativ verständlich. So, und dann schreibt der liebe Nikolas noch, ich habe heute erst die beiden letzten Folgen gesehen und muss es jetzt dann doch schreiben. Du hast drei Aluminium-Barren. Also, Wasserflasche go, ja. Dann wollen wir doch mal gucken. Eins, zwei, zweimal und ein Barren noch, hat er geschrieben. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen, Eisen, Eisen. Eisen, Aluminium. Tatsache. Okay, wird sofort gemacht. Siehst du mal wieder, ne? Siehst du mal wieder, Nikolas. Der liebe Ede. Blind wie ein Fisch. Aber das kennen wir ja schon. Eins, zwei da rein. So, das heißt, den Aluminium-Barren haben wir. Die beiden Brutzeln. Dann könnten wir hinten die schon mal nehmen, ne? So, hier. Eisen, Eisen, Kobalt. Wo haben wir hier? Auch alles Eisenerz. Aber eins, zwei, dreimal könnten wir Nägel daraus machen. Hier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Die könnten wir auch alle reinpacken. Dann kriegen wir langsam mal ein bisschen Platz hier, du. Wahnsinn. Auch zehn Sand. Daraus könnten wir eigentlich ein Glas machen. So, wird mal alles hier reingestopft. Alles hier reingestopft. Und einmal Glas. Bitteschön. So, dann müssen wir raus. Wie viel brauchten wir? Sechzig, ne? Glaub ich. Oder? Zehn, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig und sechzig. Das würde ja genau passen. Es ist Wahnsinn, was man hier an Ressourcen braucht. Aber, das macht alles nichts. Wir spielen das Spiel gerne. Jawohl, sechzig Nägel. Guck mal, haben wir die schon abgefrühstückt? Nur mit Zeugs, was wir bei uns in der Kiste gesammelt haben. Krass. So muss das sein. Jetzt können wir uns noch an die sechzig Bretter machen. Das wird auch lustig. Wenn wir die von Hand machen. Das Glas kommt gleich. Ei, 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 ei. So, was sagt denn hier? Ihr da oben seid fertig, ne? Jo. Und dann war das hier dran, ne? Oder? Ja. Vor allem, guck mal. Es heißt großes Fläschchen, ne? Pack mal den mal weg. Nehmen den her. Dann können wir die nämlich hier reinschmeißen irgendwo. So, die nimmt nur Platz weg. Bitteschön, tu mal auf die Seite. So. Sehr gut. Sonst noch irgendwo was? Nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Okay. So, der hat Wasser. Kein Wasser. Kein Wasser. Kein Wasser. Das müssen wir schon nicht mehr immer zweimal. Das heißt, sechsmal laufen. Sondern nur dreimal. Das Ding hier ja 200 nimmt, ne? Das ist super. Das ist echt super. Guck mal, ob wir damit vielleicht nicht sogar zwei vollkriegen hier. Guck. 100. 100. Musste sogar nur zweimal laufen. Perfekt. Ah. So. Zack. Na gut. Nix drin. Feiner. Anderen auch nochmal voll machen. Jo, der ist auch schon in der Halblemer. 61. Jetzt können wir den hier mal ein bisschen. Hier ist ja immer, äh, flüssiges Wasser drin. Auch wenn rundherum alles gefroren ist. Kein Problem. Der macht das easy. So, jetzt können wir nämlich das Wasser reinschmeißen. Ah, da ist noch sehr hoberes Wasser drin. Okay. Da muss ich das erstmal leeren. Verdammt. So, trinken bitte. Jetzt ist da nichts mehr drin. Jetzt sind wir wieder immer umsonst gelaufen, ne? Aber... Du weißt, wie es geht jetzt. Dankeschön. Also der Kasten ist echt gut. Muss ich sagen. Besser als vorher. Vorher war der immer voll für den Piep. So, jetzt kannst du hier 200 kochen. Super. So, was fehlt uns hier ganz dringend? Fett. Einfach nur Fett. Wir hatten noch die Kartoffel eingesammelt, ne? Was bringt die hier? Fett. Wunderbar. Essen, essen. Dankeschön. So, wenigstens sind sie ein bisschen hoch. Jetzt müsste eigentlich auch schon das Kupfer und so fertig sein. Gucken wir mal. Gebt einfach alles her. Wow. Ein paar Bretter sind auch da. Also. Wird fluppt. Mal gucken, ob wir das fertig kriegen. 5 von 8. 1 von 30. Okay. So. Zim, 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 zim. Auf geht's, auf geht's. Zack. So. Ach, ist das schön. So. 1, 2, 3. Und vier mit dabei. Ach, das war der Vogel da hinten. Wieder. Kleiner Schatten vom Vogel. So, Rainer, dann müssen wir jetzt zusehen, wie gesagt, wenn es wieder warm wird, ne? Wir haben es schon 8 Uhr abends. Dann müssen wir zusehen, dass wir ein paar Fische hier vergammeln lassen, damit wir Biotreibstoff kriegen. Und, ja, dann müssen wir unseren Aluminiumbohrer da hochbringen. Da mal die Sachen rausholen. Auf dem Weg drumherum können wir dann echt wirklich, ähm, auch beim Kobalt nochmal vorbeigehen. Das muss dann auch voll gemacht werden, denke ich mal. Das wird leer sein. Wahrscheinlich müssen wir da schon längst die Sachen rausholen, weil da nichts mehr, äh, farmen kann. Und einfach ins Leere läuft. Aber das ist halt hier in den Folgen ein bisschen doof. Weil, wie gesagt, das so weit weg ist zu Fuß. Wir sind nur am Latschen dann und kriegen nichts gebacken. So. Sehr schön. Tiere haben wir auch noch keins gesehen. Ich kann ja mal gerade kurz so sagen, ihr habt ja eben die Karte gesehen, ne? Hast du gesehen, ne? Weißt du jetzt, ich mache jetzt auch mal die Karte an. Dann kann ich dir das nämlich ganz genau erklären. So. Da noch. Genau. Was haben wir denn hier? Also hier in diesem Grasland, in diesem grünen, ne? Alles, was so grünlich ist, ja. Da gibt es auf jeden Fall Waschbären und Hühnchen. Denn die gibt es überall, ja. Und dann gibt es noch in dem grünen, was ich gerade gezeigt habe, Bären und Hirsche. Dann gibt es noch in diesem dunkelfarbigen hier, wie man es hier sieht. Rechts zum Beispiel, ja. Das sieht man ja hier, hier unten und hier oben. Da gibt es dann, äh, der heißt es Ziegen, Füchse und Schweine. Und in diesem hellen hier, was so aussieht wie ein bisschen Sand, da gibt es Wölfe und Schafe, ne? Also man ist wirklich gezwungen, sich jetzt hier aus seinem Komfortbereich rauszubewegen. Um alles zu bekommen, ne? So, ist schon clever gemacht, muss ich sagen. Mir gefällt's. Anderen mag es vielleicht nicht gefallen. Ich finde es eigentlich ganz gut. Bekommt auch ein bisschen mehr rum. Am Anfang ist das natürlich sehr, sehr ätzend, gebe ich zu. Weil du einfach, äh, total unmobil bist. Du hast direkt keine Ausdauer mehr. Du hast kein Fahrzeug, nix, ne? Aber macht auch einen gewissen Reiz aus, muss ich sagen. So, die beiden können mal weg hier. Jetzt mal da rein. So, die zehn können hier irgendwo hin zum Rutzeln. Bitteschön. Ich muss hier mal gerade alle leer machen, gucken, wie viele wir da rauskriegen. So, 17 von 60. Das ist aber nicht viel, Meister. Na komm, die vier machen wir noch. Und dann können wir ratzen gehen und morgen nochmal eine Ladung holen. So, und wenn wir dann einmal Strom haben, dann ist alles einfacher. Und das Fahrzeug, ne? Dann kannst du immer schön im Kreis fahren, alles einsammeln, zack, hier rein. Und so weiter und so fort, ne? Kannst mit dem Ölsauger immer weiter Öl holen. Oder baust die Ölpumpe, die automatisch dann auch hier hinten die Extraktoren versorgt. Also echt gut. Muss da nicht ständig da hinfahren und die voll machen, ne? So, das ist leer. Komm, dann mach mal. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir mal schlafen gehen. Dann ist alles wieder im Keller. Garantiert. Kannst du auch nichts nehmen hier, aber gar nichts. So, ratzen wir mal. Gucken, wie weit das alles runter geht. Die Fette sind schon wieder weg. Wir müssten eigentlich gärtnischlank sein. So wie der Suppenkasper. Weil wir ständig keine Fette haben hier. Fünf Uhr, sechs Uhr, sieben Uhr. Langes Schläfchen. Zack, Februar, Winter. Buh! Sag ich nur, buh! Zu essen haben wir nichts, aber wir können uns da trinken voll machen. Zack! Jetzt haben wir natürlich das Problem. Im Winter kriegst du kein, ähm... Wie heißt das? Kein Beeren für Fleisch oder so, ne? Wir müssen unseren getrockneten Fisch essen, ja? Einen Essen? Oh, der bringt auch Fette. Okay. Dann, äh, gib mir noch einen großen. Ja, noch einen. Wird schon schief gehen. So, essen, essen. Ja, jetzt geht's. Das ist auch wieder voll. Perfekt. Muss reichen. Muss reichen. Dass da unten sind Vitamine und so. Muss halt das hier erstmal wachsen, ne? Da brauchen wir echt mehr von. So, wie gesagt, nochmal Holz holen. Unsere Schmieden da, die laufen für Holz und Kohlen, weil wir da gar nichts dran machen gerade. Aber das hier ist mir erstmal wichtiger, dass wir das Gewächshaus da fertig kriegen. Weil da können wir dann nach und nach auch die ganzen Bottles reinstellen. Auch wenn wir sie noch nicht ordentlich mit Wasser versorgen können. Und immer laufen müssen. Aber das kann ich ja dann zwischen den Folgen machen. Das ist ja kein Problem. So. Wird hier noch einsammeln. Bitte. Bitte nicht schon wieder einen Schneesturm. Krieg hier mal voll die Panik, sobald ich irgendwie diesen Nebel und, äh, Schneegefissel sehe hier. Mache ich aber direkt Sturm. Sturm. So, wie sieht es hier aus, dass man platzt. Das ist leer. Zähne hier rein. Ganz schnell. Schön. So, zehn hier rein. Wunderbar. Weiter. Da haben wir auch schon den Stahl und das Kupfer, ne? Stimmt, ja. Müssen wir mal gleich gucken, wie viele wir da haben. Hm, 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 hm. Ach, ist das schön. Heute mal nur zu Hause, ja? Die haben wir auch noch. Das ist gut. Die sind bald bestimmt vergammelt hier. Wenn es so ist, dann ist es so. Komm, ich will den draufpacken, um zu gucken, wie viele wir, ähm, brauchen. Ich glaube, wir brauchen noch drei, ne? Geben wir jetzt einfach mal eins, zwei, drei mit. Ganz frech. Und guck mal oben. Jawohl. Ach, komm schon. Wo bist du? Lol, ich hab mir jetzt echt wehgetan dadurch. Wo ist der? Hallo? Da ist er. Ach, schön. Lül. Aluminium. Ich sag jetzt mal nix, ne? Echt, ey. Weißt du? Jetzt, wo uns Bescheid gesagt wurde und wir es endlich gerafft haben, weißt du? Da bringt er nochmal Aluminium mit. Der fiese Möp. Unglaublich. So. Das ist auch wieder ein schöner Batzen mehr. 32 schon. Nice. Dann sind wir bald fertig, bis auf den Sand. Aber den kriegen wir auch noch hin. Das sollte ja kein Problem sein. Hätten wir eigentlich gerade alles Sand draus machen können, ne? Ich Experte. Statt Eisen. Weil das Eisen wissen wir jetzt wieder nicht, wohin damit. Und hier drei noch. Eieieiei. Aber das Schlimmste, die Nägel und das Kupfer, das haben wir ja schon. Das ist ja schon mal gut. So. Wie lange der braucht, um einen Stamm hier zu zersägen, ne? Was ist hier los? Eigentlich müsste bald wieder... Beim nächsten Mal schlafen müsste eigentlich... ...wieder, ähm, Frühling sein. So. Gib mal her. Gib mal her. Machen wir die gerade leer. Gucken wir mal, wie viele wir zusammen kriegen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Ja. Passt doch wieder haargenau, ne? Als hätte ich es so geplant, weißt du? Als hätte ich es so geplant. Äh. Äh. So. 47. Das heißt, wir müssen nochmal Holz holen gehen. Und dann können wir ein paar Steine holen gehen. Obwohl, die Steine gehen wir zuerst holen. Weil beide Kisten sind leer. So. Und so. Ja, nicht ganz. Zwei Steine sind drin. Yay. Aber ja, wir brauchen Steine. Diesmal gehen wir mal links rum. Ich glaube, hier sind noch ein paar. Auf der anderen Seite hatte ich gar keine. Da sind noch welche. Okay. Dann nehmen wir doch die. Diese Karre ist auch immer wieder ein Wunderwerk der Technik. Die. Bam, 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 bam. Rauf und runter rüttelt. Unglaublich. Unglaublich. So. Wenn jetzt Frühling ist, dann müssen wir auch mal zusehen, dass wir irgendwie einen Bär oder so finden. Damit wir mal an Leder kommen. Und uns dann Köcher machen können für Pfeile. Damit wir Richtung Krokodile können, um Leder zu holen für den großen Rucksack. Da fällt mir so ein oder ist mir eingefallen. Wir müssen die Tiere ja jetzt auf den Schlachtertisch legen, um die zu zerlegen. Ist das mit den Krokodilen auch so? Weil guck mal, wie weit die weg sind hier. Ich meine, bei uns geht es noch. Aber wenn du jetzt hier oben eine Base hast, immer hin und her laufen. Mit einem oder zwei Krokodilen. Da wirst du ja blöd. Da wirst du ja blöd im Kopf. Ganz ehrlich. Wie ich überhaupt. Da hinten ist doch der Stein. Das würde ich sagen, fände ich dann nicht so toll. Ganz ehrlich, muss ich sagen. Ich meine hier den Grind ein bisschen verlängern. Okay, aber nicht einem schon so offensichtlich Steine in den Weg legen, damit du überhaupt zu nichts mehr kommst. Und nur noch am Laufen bist und so weiter. Das gefällt mir dann nicht. Aber warten wir erst mal ab, ob es wirklich so ist. Wir wollen ja niemanden vorverurteilen hier. So. Sehr schön. Äh, nein. Ich will die da reintun. Ach, er ist wieder am Frieren. Er ist wieder am Frieren, Mr. Weichei. Sehr. Dankeschön. Unglaublich, ey. Ah, schon wieder. Ich will ja nur die Steine haben hier. Alles rein da. Ist der Nächste da vorne. Biuh, biuh, biuh. Unser Steinradar. Da ist noch einer. Zack. Hier müssen wir gleich auch wieder alle schleifen hier. Dass die vernünftig, äh, in Schuss sind. Ah, ich weiß, du frierst. Nerv nicht. Nur am Rumheulen, ey. Schlimm. So. Einer muss noch. Damit wir ganz voll sind hier. Guck mal, sind wir schon fast an der Höhle. Ich bin mal gespannt, wann die wieder respawnen hier die Steine. Danke. Was ist das wieder so hell hier, ne? Das ist echt übel. Das ist richtig übel, wie hell das ist. So, ab nach Hause. Müsste doch richtig sein, oder? Jo, ist richtig. So. Ah, stimmt. Da vorne ist sie, ne? Da vorne ist sie. Unsere schicke Hütte. Der fliegende Teppich. Aha. So. Sehr gut. Alles so provisorisch hierher. Es sieht aus. Müssen wir dann später richtig... richtig ordentlich aufbauen. Oh, ein bisschen rumheulen. Ist doch warm hier drin. Jetzt erzählt keiner vom Pferd. So. Zu essen haben wir nix. Aber das macht nix. Steine geholt. Auf geht's. Holz holen. Damit wir fertig werden. Ach, keine Ausdauer. Keine Ausdauer, der Kerl. So. Didi-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, zack. Sehr schön. Rauf geht's. Hier weiter. So, die sind fertig hier. Ich hoffe doch. Ja, viermal Eisen. Oh, hin damit. Ruf da. Wir können hier schon mal weitermachen. Zwei, drei. Vier, fünf, sechs, sieben. Acht, neun, zehn. So, gucken wir mal. Sand, 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 Sand. Und wenn das Spiel schon so grindy ist, fällt mir gar nicht ein, könnte man ja vielleicht auch das hier mal überarbeiten. Dass man das nicht immer so von Hand da reinlegen muss und so weiter. Sondern, dass man vielleicht ein Menü hat, wo ich jetzt sage, aus Steinen Sand machen. Ich habe zehn Steine oder 20 Steine hier drin. Drückt drauf, bing, er macht mir 20 mal Sand oder 10 mal Sand. Das fände ich ganz angenehm. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sollte passen. Ich habe mich gerade verzählt. Aber das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Nur der muss raus. Weil Sand und Steine geht nicht. Weder Steine oder Sand. So, rein da. Rein da. Die können dann hier hin. Ei, 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 ei. Hier können wir einen rein da. Einen haben wir ja. So, wir brauchen zwei Glas haben wir jetzt sogar schon. Jetzt brauchen wir noch 28. 20 machen wir gerade da unten. Das ist gut. Gut, und dann brauchen wir noch 13 Bretter. Dann haben wir das Ding eigentlich schon fertig. Sehr gut. Also, die brauchen wir auf jeden Fall noch alle. Und dann brauchen wir... So, noch fünf Glas. Okay. Was erzähle ich denn da? Dann, äh, ja, ne? 23 brauchen wir noch. Okay. Boah, habe ich hier nicht da reingetan. Bin ich doof? Offensichtlich. Offensichtlich. Werden wir mal fertig hier, Leute. Bzz, 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 ne? Das müssen wir auch schnellstmöglich abschaffen, ey. Trinken haben wir noch. Jawohl. 35 noch. Wie schnell das geht, ey. Krass. Vielleicht sollten wir mehrere Töpfe machen. Und die alle voll Wasser lassen und so. Könnte man auch machen. Dann könnte man nämlich immer aus einem eine Zwiebelsuppe machen. und einen so für Wasser zum Trinken nehmen. Wäre eigentlich ganz praktisch, ne? Wir haben ja so viel. Warte, du auch noch drauf. Gib doch mal her. Eins, zwei. Können wir das nicht hier machen? Aber das ist eine Pfanne. Die will ich nicht. Dann brauchen wir noch einen dritten. Bitteschön. Nein. Namen eingebende. Bitte nicht. So, haben wir noch einen Topf. Sehr gut. Jo, Mopelkist ist auch noch da, da unten. Dann kannst du nämlich einen zweiten Topf hier hinpacken. So, zwei Töpfe, zwei Pfannen. So nach dem Motto. Müssen wir mal wieder voll machen. Ich habe gerade gesehen, das ist leer. Nix, nix. Nix. Na toll. Müssten jetzt Zähne sein. Aber drei Stück fehlen noch. Hör auf. Bretter voll. Jetzt habe ich sogar eins zu viel mitgenommen, natürlich. Dann schmeiß das mal raus. Machen wir gerade nicht. Das ist das Schöne hier, das desbawnt ja nicht, ne? Zehn, zwanzig. Eins, zwei, drei. So. Eins, zwei, drei. So. Kannst du da wurzeln. Das Glas kommt hier rein. Dann gehen wir gleich noch ein bisschen Feuerholz holen. Für den Ofen. So, ist das Trinken jetzt leer? Nein. Dann machen wir mal voll und den Rest kannst du wegkippen. Each. So. Äh, warte erst. Obwohl, ne, wir können die hier schon einmal voll machen. Ich gehe immer noch an Schnee, obwohl wir da unser Ding inzestehen haben, ne? Ach, echt komisch. 200 schmutziges Wasser. Zack, leer ist es. Das gereicht für 200 oder ist das jetzt wieder weniger? 161 nur. Okay. Dann können wir aber vorne kochen. Hier hat es Zwiebelsuppe und so. Und hinten haben wir Wasser zum Trinken. Jetzt müssen wir nur gerade kurz da vorne Feuerholz holen gehen. So. Da kleben wir auch noch hin. Wäre ja gelacht, wenn nicht. Wenn wir schon keine Kohle haben, dann nehmen wir halt hier das Feuerholz. Was sagt er? Dann sind wir wieder überladen. Dann sind wir wieder überladen. Zack. Eins, zwei, drei und vier. Anmachen. So. Ihr werdet schön abgekocht. Die drei haben wir. Nice. Tada. Unser Gewächshaus ist fertig. Yes. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Sehr, sehr gut gemacht. Da hinten rennt schon wieder einer rum. Packen wir mal direkt das Katana aus. Ich gehe jetzt den Kollegen da hinten besuchen. Du kannst, wenn es dir gefallen hat, einen Daumen hoch da lassen. Und ich sage wie immer, danke für deine Zeit.